Die professionelle Eiscrememaschine Musufiume Giardino ist mit einem Kompressor und einem 570 Watt Motor ausgestattet, der bis zu 2,5 Liter Eis in nur 30 Minuten zubereiten kann. Mit ihrer fortschrittlichen Technologie kann diese Eismaschine viele verschiedene gefrorene Desserts zubereiten, einschließlich veganes und laktosefreies Eis, Sorbet, Gelato und gefrorenes Fruchteis. Diese Eismaschine ist unglaublich einfach und sicher zu verwenden. Die Eiscrememaschine ist mit einer Sicherheitsfunktion ausgestattet, die die Maschine automatisch stoppt, sobald der Deckel angehoben wird. Die Musufiume Giardino besteht aus hochwertigem Edelstahl und ist für eine lange Lebensdauer ausgelegt. Perfekt für gewerblichen Gebrauch. Auf Wiedersehen!